In einer Art Wachkoma oder Locked-In-Syndrom sollen wir also absichtlich unser ganzes Leben verträumen und vertrödeln durch Unterhaltungen, Ablenkungen, Belanglosigkeiten, Besorgungen, Besorgnissen und andere Bedeutungslosigkeiten und nur an einem einzigen Moment, wie die Katze die Maus abpassen und zuschlagen für jenen Akt der Selbstdetermination, der dem Keimplasma dient. Und dafür lässt es dann kurz aufschrecken oder aufwachen und einen Spalt breit durch das Tor der Adike und Ananke blicken.